Der Kunstrasenplatz in Ippendorf. Hier spielen die Damen der Sportfreunde in der Mittelrhein-Liga. Die Mannschaft ist damit zur Zeit das beste Frauenteam des GA-Verbreitungsgebiets. Ein Garant des Erfolgs? Caroline Schrah. Die Angreiferin hat in den vergangenen 47 Pflichtspielen 94 Treffer erzielt. Warum spielt die Torjägerin mit dieser Erfolgsquote bei den Sportfreunden? Das Wichtigste für mich ist, muss ich sagen, dass wir hier wirklich eine verdammt tolle Mannschaften haben. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich freue mich, hier ist meine Welt zu treffen. Schrah ist ehrgeizig. Sie hat mit den Sportfreunden ein Ziel. Der Aufschluss ist absolut drin. Wir müssen die Saison überhaupt konstant spielen. Ich möchte sehr, sehr gerne aufsteigen. Ich reiz die andere Liga im Norden. Der Aufschluss ist drin. Die Konkurrenz ist da. Die Konkurrenz ist stellformig. Aber wenn wir uns das Spiel auf Platz bringen und unsere Leistung bringen, auch die Hälfte-Spiegelin, dann hoffe ich und bin auch überzeugt, dass wir aufsteigen können. Mit ihrer Quote dürfte sie das Interesse anderer Vereine geweckt haben. Einen Wechsel schließt sie nicht aus. Nur eine Einschränkung hat die Frohe Natur mit Torgarantie. Ich bin gerne Bahnhalter. Und mir vielleicht auch nicht fertig. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Bahnhof zu bleiben. Sohn Scheher Points Sohn Scheher instit perlu Myers-Pinches Wechsel Aus Ł